Die Orgel wurde von Martin Zumbach gebaut. Leider hat uns Martin Zumbach vor 14 Tagen für immer verlassen. Wir sind sehr traurig, dass er nicht mehr ist. Er hat wunderbare Instrumente hinterlassen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns an denen freuen können, auch wenn er nicht mehr da ist. Was spinnst du uns? Das kann doch einen Seemann nicht, der es heute wunderbar erschlagen aus den 50er Jahren. Freuen Sie sich. Danke. Ja, schön, danke. Das ist ein Seemann nicht. Das ist ein Seemann nicht. Also falls sie zuhause noch irgendein Drehorgel rumstehen haben, der nicht funktioniert, er macht sie wieder schön. Was spielst du uns? Frauen und Weiner ist ein frühes Lied heute, das spielt man sonst nur so, aber macht diese Abend, aber geniessen sie es. Prost! Musik 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 Ich wünsche allen viel Spaß! Musik 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 Wie spielt uns Heimat deine Sterne? Musik Wie spielt uns Heimat deine Sterne? Musik 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 Amen. Das Landenörfli ist anlässlich von dieser berühmten Landesausstellung 1939 komponiert worden. Das Landenörfli ist anlässlich von dieser berühmten Landesausstellung. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass Sie bei uns so sind. Merci. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020